hallo leute heute will ich mal mit euch über axon mensch rede axon mensch unterstützt ja menschen mit einer behinderung jeder art und da finde ich natürlich in erster linie eine sehr sehr große schlasse am anfang des video die habe ja auch einen youtube kanal den kann ich ja gerne mal jetzt unter in die video beschreibung ganz oben verlinken könnt ihr gerne mal vorbei auf jeden fall ein geiler kanal und die könnte mal unter das video schreiben von denen hashtag cool talks und jetzt reden wir mal über wie man menschen mit einer behinderung unterstützen kann da gibt ja viele methode wie man ein mensch meine behinderung unterstützen kann zum beispiel was ja auch das gesetz sogar steht das menschen also das arbeitsgeber die über 20 mitarbeiter habe fünf prozent mitarbeiter also also einstellen müsse die eine behinderung habe und den staat sag ich mal unterstützt den chef sag ich mal mit mit die auszahlung von den lohn wenn du so ein menschen dort einstellt und falls der mensch dort hilf mit dem benötigen tut wie ich zum beispiel bei mir google übersetzer oder ein mikrofon das übernimmt dann alles da wird unterstützt so weiter auch gefördert dass da die hilfmittel bekommt und auch deshalb bekommt dass wenn die eine unterstützung finde ich richtig geil mal daumen hoch dafür die andere unterstützung ist die man machen könnte da sehe ich mal wenn die menschen eine behinderung zum beispiel betreuer habe die dann zum beispiel auf die wünsche von menschen behinderung eingeht das ist ganz klar sollte auf jeden fall auf die wünsche höre und dann auf jeden fall das auf jeden fall dann sowie er will umsetze als beispiel der wohnt jetzt in einem heim für menschen mit einer behinderung aber derjenige möchte lieber in eine wohnung wie sie es so wie man das halbe kennt als optimal verbraucher dann sollte dies oder der vormund von dem betreuer halt von von dem jeniger halt der die die behinderung hat auf jeden fall dies unterstütze dass er auch dies bekommen kann weil ich finde ja da ist ein menschenrecht und also keine was dagegen sage deswegen muss auf jeden fall unterstützt werde über die passiv wohnung zu bekommen die wohnung bekommt er sogar noch teilweise von von das amt finanziert falls derjenige nicht genüge einkommen hat wie das leider ja oft im fall ist weil viele menschen behinderung verdienen entweder wie in werkstätte sehr wenig oder die finde erst gar keine arbeit und da musste amt auf jeden fall die unterstütze genauso wie jeder andere da sind dann kann man eine wohnung holen teilweise 50 quadratmeter also sowas bei mir die darf den zirka 400 euro kostet im monat also war denke ich mal und falls diejenige sogar im rollstuhl sitzen tut dies auf jeden fall unterstützt werde dass diejenige halt eben dann ihre assistenz bekommt sowie dass viele menschen behinderung bekommen bekommen dass eben der assistenz demens dann auch sagt mal bei gewissen dinge helfen tut und diese sei gesagt assistenz ist kein betreuer weil sie betreuer und assistenz das sind zwei riesig groß unterschiede selbst meine arbeit wusste den unterschied nicht der dachte dass wir einfach dass selbe war natürlich hier nicht der fall ist was man noch das sagen kann dass mens ob das andere leute zum beispiel wenn es irgendwie immer etwas sagen tut ich glaube du kannst nicht allein leben oder das geht nicht wege was auch immer weil du jetzt sag ich mal eine werkstatt für behinderte arbeiten tust und erlebe gleich mal öfters mal verschlafen tut aber selbst das ist kein grund und demenz der eine behinderung hat die wohnung wechsel weil du wird ja ohnehin von stadt sag ich mal finanziert und bei demenz verdient er eine behinderte werkstatt der gerade mal stunde lang gerechnet ungefähr 1 20 so gerne mal wenn die wenn ihr euch mal unter die kommentare auslassen wollt könnt ihr gerne mal über das thema gerne mal und in die kommentare auslassen würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen wenn ihr mal ein paar kommentare über das thema schreiben könnte ob ihr meine meinung hier unterstützen tut wie ich das halbe handhabetun weil ich finde ja menschen behinderung egal was der macht oder wurde arbeitet der sowie falls das recht habe habe die ja auch sag ich mal zu leben wo die wolle zum beispiel bei meinem chef ist ja so weil ich die arbeit ja sag ich mal ich verschlafe hier sag ich mal ab und zu mal und dann sagt man selbst zum beispiel auf den grund könnte ich nicht alleine leben mit dem zusammenhang geklärt aber dann hat die betreuer also mit meinen mit mehr assistenz den ich ja hier habe bei haushalt und so was liebe begleiten tut der hat dann zu weit das gespräch bei meinem chef genau das gegenteil gesagt dass er sogar sehr dass die assistenz von mir genau das gegenteil gesagt hat und was der gesagt hat überhaupt nicht unterstützt hat so was ist auf jeden fall richtig dass ich über deine assistenz auf jeden fall voll hinter die steht das ist auf jeden fall wichtig wenn es um die sache geht wo die jenige leben darf wenn man diese eine sache mal beachtet beachtet tut gut gerne mal wie schon vorhin gesagt gerne mal und den kommentaren euch ausklasse über das thema würde mich sehr freuen und habe wie gesagt bei action mens unter ihr video war es hier unten in die video beschreibung für euch verlinken werde hashtag sagt cool talks würde mich auf jeden fall freuen wenn ich da ein paar kommentare sehen kann dann sage ich mal gut da gerne mal daumen nach oben geben für dieses tolle video hier gleich mal bis bis zum nächsten mal leute und haut rein